YouTube-Star Shirin David bringt ihre Instagram-Follower mit einem neuen Schnappschuss ganz schön ins Schwitzen. Auf dem besagten Foto posiert die 23-Jährige in knappen Hotpants vor einem Spiegel und präsentiert so ihren knackigen Hintern. Ein Anblick, der von ihren Fans gefeiert wird. Komplimente wie Bombenfrau oder Du siehst so wunderschön aus reihen sich in den Kommentaren untereinander. Jemand anderes fragt sich, Zitat, wie kann man so eine geile Figur haben? Kein Wunder, dass sogar Liebesbekundungen auf Shirin warten. Ich schwöre, hab mich verliebt, schreibt ein Nutzer. Bei so viel Lob gab es direkt noch eine heiße Tanzeinlage im sexy Outfit hinterher. In ihrer Instagram-Story ließ Shirin David ihre Hüften in knappen Shorts und einem bauchfreien Shirt kreisen. Ohne Frage, die Videobloggerin weiß einfach, wie sie ihre reizige Kont in Szene setzt. Ihre Fans dürfen sich mit Sicherheit auf weitere Bilder von ihrem sexy Knackpo freuen.